Lesen Teil 2 Sie sind auf einer Reisemesse. Lesen Sie die Aufgaben 6 bis 10 und den Text. Wohin gehen Sie? Wählen Sie die richtige Lösung A, B oder C. Beispiel Sie möchten im Urlaub Deutsch lernen. Halle D Sie wollen in Urlaub fahren und nicht viel Geld ausgeben. Informationen zur Messe Reisen international Halle A 10 bis 12 Uhr Informationsveranstaltungen Urlaub und Gesundheit mit dem Arzt in die Ferien 13 bis 14 Uhr Gespräch So ist Ihr Geld im Urlaub sicher. Tipps zum Geld holen und bezahlen im Ausland. 15 bis 16 Uhr Buchvorstellung mit Autor Klaus Hinke Mit Großvater unterwegs Mit Großvater unterwegs Reisen mit dem Zug wie früher Halle D 10 bis 12 Uhr Informationsveranstaltungen Buchen übers Internet Online Geld sparen 15 bis 17 Uhr Informationsveranstaltungen Deutsche Sprachschulen stellen sich vor Andersreisen für die Umwelt Wir lassen das Auto zu Hause Urlaubsangebote mit Bus, Bahn oder Fähre 7 Sie möchten für Ihren Großvater eine Reise buchen Halle E 10 bis 12 Uhr Informationsveranstaltungen Endlich alt genug Los geht's Ferienreisen für Schüler ganz ohne Eltern Aktuelle Angebote von Müllerreisen Busreisen in Europa für Menschen ab 50 Fotoausstellung Norddeutschland Urlaub auf den Inseln Toiletten 8 Sie suchen nach einem Reiseangebot für Ihr 16-jähriges Kind Halle B 10 bis 12 Uhr Gespräch Das sagt der Arzt Medikamente im Urlaub 13 bis 15 Uhr Informationsveranstaltungen Ferienjobs für Schüler ab 16 15 bis 17 Uhr Informationsveranstaltungen Urlaub mit der Großfamilie mit den Kindern Opa und Oma und dem Hund Geldautomat 9 Sie haben sich wehgetan und suchen einen Arzt Halle A 10 bis 12 Uhr Informationsveranstaltungen Urlaub und Gesundheit mit dem Arzt mit dem Arzt in die Ferien 13 bis 14 Uhr Gespräch So ist Ihr Geld im Urlaub sicher Tipps zum Geld holen und bezahlen im Ausland 15 bis 16 Uhr Buchvorstellung mit Autor Klaus Hinke Mit Großvater unterwegs mit Großvater unterwegs Reisen mit dem Zug wie früher 10 Sie möchten mit dem Zug reisen Halle C 10 bis 12 Uhr Informationsveranstaltung Gruppenreisen Angebote für Schulklassen 12 bis 18 Jahre Fotoausstellung mit der Bahn weltweit unterwegs Die schönsten Züge der letzten 100 Jahre Restaurant Heimat Neue deutsche Küche Apotheke und Arzt Halle D 10 bis 12 Uhr Informationsveranstaltung Buchen übers Internet Online Geld sparen 15 bis 17 Uhr Informationsveranstaltung Deutsche Sprachschulen stellen sich vor Andersreisen für die Umwelt Wir lassen das Auto zu Hause Urlaubsangebote mit Bus, Bahn oder Fähre Das Auto zu Hause Workshop Abonniert hoch Vielen Dank.